Wussten Sie, dass zur Zeit unserer Urgroßmütter so Anfang des 20. Jahrhunderts für viele Menschen Heiratsverbote galten? Zum Beispiel für Arme, für Dienstpersonal oder Telefonistinnen? Das Heiratsverbot kam einem Fortpflanzungsverbot gleich, unter dem viele Frauen litten, die schon für Lohn arbeiten durften. Auch für staatlich angestellte Lehrerinnen bestand ein sogenanntes Berufszölibat. Beruf und Kinder, das galt als unvereinbar. Wann sollten die Kinder denn von wem versorgt werden? Wer sollte den aufwendigen Haushalt besorgen? In einer Zeit vor elektrischen Haushaltsgeräten wohlgemerkt. Und eine mit der ehrwürdigen, ja klösterlichen Aura ausgestattete Lehrerin verheiratet, hoch schwanger vor einer Mädchenklasse unterrichtend? Unmöglich. Frauen, die trotz des strikten, einseitigen Keuschheitsgebots unverheiratet Mutter wurden, galten als verdächtig, als Frauen mit zweifelhaften Lebenswandel, als gefallene, ja sittenlose, liederliche Personen, die für ihre Situation keinerlei Mitleid und Hilfe verdienten. Man verstieß die schwangeren Frauen aus ihren Familien, man half ihnen nicht bei der Geburt, man wies sie mit ihren Babys aus Gemeinden aus. So kam es vor, dass schutzlose Schwangere an Bäumen in öffentlichen Parks niederkommen mussten. Nach der Geburt wussten sie oft nicht mehr wohin. Oft endeten die nicht verheirateten Mütter in der Prostitution. Die Sterblichkeitsrate lag bei unehelichen Kindern im ersten Lebensjahr um 1900 bei etwa 30 Prozent. Man überließ die jungen Mütter, die gefallenen Frauen, absichtlich ihrem Elend als warnendes Beispiel für alle anderen Frauen. Für eine bürgerliche Frau bedeutete ein uneheliches Kind zumindest den sozialen Tod. Dem Vater passierte nichts. Ein Mann ist ein Mann, der legitime Bedürfnisse hat. Diese ungeschriebenen Gesellschaftsregeln gelten für Frauen schon seit sehr, sehr langer Zeit. Denn die nicht staatlich oder kirchlich legitimierte Fortpflanzung und gar die ökonomisch unabhängige Mutter widersprach und widerspricht grundlegenden patriarchalen Ansprüchen. Die freie Mutter gefährdet das Fundament jeder patriarchalen Gesellschaft, die sichere Vaterschaft. In den Hochpatriarchaten der Welt ist die illegitime Mutterschaft auch heute noch ein todeswürdiges Verbrechen. Bei uns galt noch im Frühmittelalter die illegitime Schwängerung einer Frau, die unter der Mundgewalt des Mannes oder ihrer Sippe stand, nicht als Sittlichkeit, sondern als Eigentumsdelikt und wurde abhängig vom jeweiligen gesellschaftlichen Stand der Angeklagten mit Geldbußen oder mit dem Tod bestraft. Im Mittelalter wurde uneheliche Mutterschaft nicht mehr mit dem Tod geahndet, aber als Unzucht kriminalisiert und mit Prangerstrafen öffentlicher körperlicher Züchtigung, Gefängnis- oder Geldstrafen belegt. Noch in der Neuzeit wurde unehelicher Beischlaf mit Turmstrafen, Zwangsarbeit oder eben mit Verbannung, zeitweiliger Ausweisung aus der Stadt oder bei wiederholten Verbrechen mit unbegrenzten Landesverweis bestraft. Tötete die Mutter das Neugeborene in ihrer ausweglosen Lage, wurde die Todesstrafe mit einer möglichst grausamen, entwürdigenden Methode vollzogen, zum Beispiel durch das Säcken, das Ertränken in einem Sack. Um 1900 war man zivilisatorisch so weit fortgeschritten, dass man auf solche Strafen verzichten konnte. Schwangere, unverheiratete Frauen wurden aufgrund der Behandlung, die man ihnen angedeihen ließ, einsichtig und gingen freiwillig in den Tod. Ihre überall unerwünschten Kinder nahmen sie dahin mit. Ja, es gab diskrete Einrichtungen auf dem Land, wo unverheiratete, meist bürgerliche Frauen entbinden und ihre Kinder in Pflege zurücklassen konnten. Oft war es gefährliche Pflege, die viele der zurückgelassenen Kinder nicht überlebten. Die entkinderten Mütter wurden so auch leicht erpressbar. In Großstädten gab es einige wenige sogenannte Rettungshäuser, in denen Schwangere Unterschlupf finden konnten. Das waren allerdings Mischungen aus Erziehungsheim, Arbeitshaus und Gefängnis. Die Kinder wurden den Müttern sehr oft staatlicherseits entrissen, unter anderem, weil sie sie nicht versorgen konnten. Max Taube, geehrter Begründer des deutschen Vormundschaftswesens, in Leipzig gibt es noch heute die nach ihm benannte Taubestraße, war sich bürgerlicher Zustimmung gewiss, als er 1893 erklärte, Es muss gegen die leichtsinnigen außerirdischen Mütter vorgegangen werden, welche teils durch geistige Schwachheit, teils durch perverse geschlechtliche Reize mehrere Kinder besitzen. Einem Kind das Leben zu geben und zu wissen, dass die geringsten Unterhaltsbedingungen fehlen, ist halber Kindsmord. Eine derartige Person ist nicht berechtigt, die persönliche Freiheit zu bewahren. Sie gehört in das Arbeitshaus und kostet den Staat dann weniger als eine fortlaufende Reihe von zu ernährenden Kindern. Verheirateten Müttern ging es besser. Hatten sie doch ein Dach über dem Kopf und waren mehr oder weniger versorgt. Doch waren unsere Urgroßmütter und Vorfahrenen, von denen wir noch Familienfotos haben, rechtlich gesehen kaum besser gestellt als Leibeigene. So gab es zur Zeit unserer Urgroßmütter viele Suizide Schwangerer und junger Mütter, aber auch Aussetzung und Tötung Neugeborener und verschleierte Kindsmorde durch Vernachlässigung. 1900 wurde das Bürgerliche Gesetzbuch eingeführt, um die Vereinheitlichung der verschiedenen Landesgesetze im wilhelminischen Kaiserreich herbeizuführen. Es bedeutete meist eine Vereinheitlichung zu Ungunsten der Frauen und Mütter. Der Ehemann bekam das alleinige Entscheidungsrecht in allen das gemeinschaftliche Leben betreffenden Angelegenheiten. Ohne Erlaubnis konnte eine Ehefrau keine größeren Rechtsgeschäfte tätigen. Der Ehemann hatte die Verfügungsgewalt über das von der Frau in die Ehe eingebrachte Vermögen. Er entschied über den Einsatz ihrer Arbeitskraft. War die Frau vor der Heirat als staatliche Angestellte tätig, verlor sie automatisch ihren Arbeitsplatz. In der Ehe hatte die Frau kein Selbstbestimmungsrecht über ihren Körper und kein Recht auf Mitbestimmung bei der Familienplanung. Sie hatte vor allem eheliche Pflichten. Wurden Kinder geboren, hatte der Ehemann die alleinige elterliche Gewalt inne. Der Mutter wurden lediglich Mitwirkungsrechte bei der Pflege gewährt. Jederzeit konnte der Ehemann die Kinder der Mutter entziehen und ab dem vierten Lebensjahr auch ganz weggeben. Empfängnisverhütung in den Händen der Frau, die nur von ihr anzuwenden war, war unter Strafe gestellt, während Verhütungsmittel für den Mann frei zu kaufen waren. Der Schwangerschaftsabbruch war im aufrüstenden Kaiserreich unter allen Umständen verboten und wurde nach § 218 mit bis zu fünf Jahren Zuchthaus belegt. Um seinen Ansprüchen Nachdruck zu verleihen, hatte der Ehemann das Züchtigungsrecht. Die Ehescheidung war durch die neue Gesetzgebung allein für die Frau erschwert worden. Verließ sie ihren Ehemann, aus welchen triftigen Gründen auch immer, verlor sie ihr Vermögen und ihre Kinder. Bei Scheidung und Neuverheiratung des Vaters blieben die Kinder bei ihm. Dem Vater drohte der Verlust seines elterlichen Rechts nur, wenn er ein Verbrechen an seinem Kind begangen hatte. Allerdings verlor er dann nicht seine Rechte an seinen weiteren Kindern. Verwitwete die Mutter, konnte sie das Recht an ihren Kindern erringen, bekam aber oft einen männlichen Vormund aufgezwungen, sofern der Verstorbene das testamentarisch angeordnet hatte oder eine Behörde das so entschied. Bei Neuverheiratungen der Mutter fiel das Recht an ihren Kindern an den Stiefvater. Der Kreis der manisch anmutenden gesetzlichen Kontrolle über die Frau schloss im BGB mit den Bestimmungen der Feuerbestattung der unverheiratet gebliebenen Frau. Das BGB schrieb bei verstorbenen ledigen Frauen noch an ihren Leichen die Virgenitätsprüfung vor. Durch die posthume Virgenitätsprüfung konnte die eheverweigernde oder nicht erwählte Frau zumindest nach ihrem Tod dem männlichen Zugriff doch nicht entkommen. Denn die Frau, die sich zu ihren Lebzeiten ihrem biologischen Auftrag ihrer gesellschaftlichen Rolle entzog, die einem Mann Glück, die Möglichkeit der Nachkommenschaft und die Vaterschaft vorenthielt, ihm gleichsam seine Schöpferkraft raubte, löste Angst und Aggressionen aus. Auf höherer Ebene galt die als alte Jungfrau angefeindete, verspottete Frau als staatszersetzend und wehrkraftschwächend. Gegen diesen Gesetzeskanon im BGB hatte die erste deutsche Frauenbewegung um die Wende des vorletzten Jahrhunderts in seltener Einigkeit im sogenannten Frauenlandsturm mit Unterschriftensammlungen, Protestveranstaltungen und Aufrufen zum Eheböckhott protestiert. Erfolglos. Opi nannte das oft die gute alte Zeit. Omi sagte das nie. Vor diesem Hintergrund schlossen sich Anfang des 20. Jahrhunderts Frauen in Mutterbewegungen zusammen, um diese Verhältnisse zu ändern. In Deutschland, in Europa und in den USA. Diese Mutterbewegungen machten Furore und legten den Grundstein für die langsame Befreiung der Mütter aus ihrer nahezu völligen Rechtlosigkeit. Nein, von diesen politischen Bewegungen stand nichts in unseren Schulbüchern. Auch im Fernsehen hat Frau nie etwas davon zu hören oder zu sehen gekriegt. Woher mag das wohl kommen? Wer schreibt die Geschichtsbücher für Schulen? Wer bestimmt, was überliefernswert ist? Wer bestimmt die Inhalte und die sogenannte Einordnung geschichtlicher Ereignisse im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, das doch immerhin einen Bildungsauftrag zu erfüllen hat? Welche historisch bedeutsame Personen schaffen es in die Geschichtsbücher? Wem werden was für Denkmöler gebaut? Nach wem werden Straßen benannt? Und welche politischen Bewegungen bedeutenden Personen der Geschichte, die, obwohl sie für Mehrheiten Sitten und Gesetze veränderten, schafften es nicht in die Schulbücher, in den History Channel, sondern wurden und werden totgeschwiegen? Und warum? Frauen wurden die längste Zeit in Geschichtsbüchern unsichtbar gemacht oder abschreckend dargestellt. Das heißt, man raubte ihnen ihre geschichtliche Identität, wie man es auch bei Indianerinnen, Schwarzen und anderen Gruppen machte. In Schulgeschichtsbüchern kommen Frauen, wenn überhaupt, meist als Anhängsel eines Mannes, als anonyme Gruppe vor, oder sie werden als eine Art historischer Witz oder Unfall präsentiert. Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen werden Herrscherinnen der Vergangenheit vorzugsweise mit den Urteilen wahnsinnig, entstellt oder pervers stigmatisiert. Die Bildauswahl in Lehrbüchern folgt den politischen Interessen ihrer Herausgeber und Geldgeber. Politisch genehme Persönlichkeiten werden in ihren besten Jahren großformatig, dynamisch und visionär präsentiert, politische Gegner und Gegnerinnen und deren Systeme als korrupt, degeneriert und altersschwach vorgeführt. Gemein. Falsch. In der Generation unserer Ur- und Ururgroßmütter haben viele Frauen erbittert gestritten und sehr viel riskiert. Nicht nur für das Wahlrecht, den Zugang zu Bildung und Zulassung zu akademischen Berufen, sondern auch für die Rechte von Müttern, sowohl der Ledigen wie der Verheirateten. In Europa gingen die Frauen Frankreichs voran, wo der Feminismus vor 1850 am entwickelsten in der westlichen Welt war. Frau denke an Olympe de Gouges und ihre Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin. In Frankreich hatten die feministischen Anführerinnen den Hass und die Wucht des Gegenschlags des herausgeforderten Patriarchats erfahren. Sie waren schon für die Befreiung der Frau aufs Schafott gestiegen, ins Exil geflohen oder endeten in den Gefängnissen. Das zerstörte den Widerstand nicht. Ende des 19. Jahrhunderts erstarkte der französische Feminismus wieder. Seine Wortführerinnen kämpften unter anderem für Müttergehälter und Mutterschaftsversicherungen, auch mithilfe der Kunst. So die Ehe- und kirchenfeindliche Nelly Roussel, die ihre politischen Ziele mit ihren feministischen Theaterstücken vermittelte und damit auffiel, dass sie Gesetzesbücher vor dem Pariser Abgeordnetenhaus verbrannte. Oder Leonie Roussard, die utopische feministische Novellen schrieb. Oder die Zeitungsgründerin über Thine O'Claire, die den Mutterstaat forderte. Die in der Luft liegende Stimmung wurde auch im Deutschen Kaiserreich von der Avantgarde erkannt und auf die Bühnen gehoben. Das Thema ledige Mutterschaft, Mütterelend, Kindstötung avancierte zu den Lieblingsthemen naturalistischer Künstlerinnen und Künstler. So bei Gerhard Hauptmann, Martin Sudermann, Heinrich Zille, Käthe Kollwitz und anderen. Der Kaiser war angeekelt von der provokanten Rinnensteinkunst, die nicht über das Alltagselend erhob und es vergessen ließ, sondern es offen zeigte. Das Publikum aber verlangte nach sozialkritischen, aufrührenden Bildern. Es hatte genug von der servilen Beamtenkunst der Akademien, die vorzugsweise Hohenzollernsche Pracht darstellte und verherrlichte. Bekannte Künstler und Künstlerinnen wehrten sich, mehr oder weniger erfolgreich, gegen staatliche Bevormundung. Misstrauen, Spitzeltum und Zensur herrschten. Die zahlreichen im wilhelminischen Kaiserreich gebauten Irrenhäuser wurden gefüllt mit politisch Unangepassten, die weniger bekannt waren. Die schlesische Mutterrechtlerin Ruth Breh, eine Volksschullehrerin, die Religion und Gesang unterrichtete und dichtete, war eine der ersten, die den naturalistischen Schilderungen des Elends der ledigen Mütter mit einer Lösung antwortete. Ihre Lösung hieß Freie Mutterschaft. Das hieß die ökonomisch autarke vom Mann völlig unabhängige Mutter, die mit ihren Kindern ein artgerechtes Frauenleben führte. Mit der Befreiung der Mütter würde eine Vielzahl anderer gesellschaftlicher Probleme gelöst, so Breh, wie zum Beispiel Prostitution, Seuchen, Vereinsamung, Zerstörung der Familienbande, Kriminalität, Armut, Geburtenrückgang, Vergeudung der Volkskraft. In Theaterstücken, Tendenzromanen und radikalen Kampfschriften beklagte Ruth Breh, die selber ungehelich geboren war, das Elend der ledigen Mütter und ihrer Kinder kämpfte gegen die Doppelmoral und Herrengesetze. Bei ihren Anklagen gegen Breh, dieser Name war ein Pseudonym, als Geburtsname wurde Elisabeth Bounes eingetragen, so rabiat vor, dass die meisten wortführenden bürgerlichen Frauenrechtlerinnen nicht nur auf Distanz gingen, sondern ihr sogar feindlich entgegentraten. Denn Breh machte gar keinen Hehl aus ihrem Hass auf das Patriarchat. Sie wollte keine Politik der kleinen Schritte, des Verdienens von Frauenrechten mitmachen. Breh wollte den matriarchalen Umsturz. Sie verhöhnte die patriarchalen Sitten und Gesetze und die Ohnmacht des Mannes hinsichtlich seiner Forderung nach sicherer Vaterschaft und forderte vom Staat Gegenleistungen für die Leistungen der Mütter. Sie wiegelte Frauen auf zu boykotten, Gebärstreiks, Eheverweigerung, absichtliche Herbeiführung illegitimer Geburten, also zum Gebären ohne den Segen von Staat und Kirche, zwecks Zersetzung patriarchaler Familienstrukturen, zur Wiederermächtigung der Mutter-Tochter-Blutlinien und um Platz zu schaffen für eine starke, gelebte weibliche Spiritualität. Brehs größte Utopie war die Wiedereinführung des Mutterrechts, das um die Jahrhundertwende aufgrund der neuen Erkenntnisse aus der Altertumsforschung, der Ethnologie und der archäologischen Funde große Debatten ausgelöst hatte. Breh wollte materielle Parallelgesellschaften, Mütterkolonien im menschenleeren Osten des Reiches aufbauen. Dort sollten sich hunderttausende arme, aber gesunde, kräftige Mütter mit ihren Kindern ansiedeln und sich zusammenschließen zu Sippen und in kleinzelliger, kommunistischer Weise wirtschaften. Es sollte ein sicherer Rückzugsort, eine friedliche und unveräußerliche Heimat für Frauen und Kinder werden. Die Zeit war günstig. Neben den großen Auswanderungswellen in die neue Welt entstanden im Rahmen der Lebensreformenbewegung und Naturheilbewegung auch europaweit viele kleine Siedlungsprojekte. Es gab zahlreiche Genossenschafts-, Anarcho- und Künstlerkolonien, in denen neue, natürlichere und gerechtere Lebensformen ausprobiert wurden. Die Umsiedlung der ledigen Mütter und ihrer unerwünschten Kinder aufs Land, der Lancierung ihrer wirtschaftlichen Unabhängigkeit, wurde auch mit der Befreiung der Männer begründet und beworben, die Bré mit dem Ende aller Alimentationsklagen lockte. Man erinnere sich, dass Frauen vor 120 Jahren in ihrem Leben bis zu 16 Kinder gebaren, genauer gebären mussten, für deren Unterhalt gezahlt werden musste. Bré lockte auch mit sorgloseren, gesünderen und freieren Beziehungen zwischen Mann und Frau, mit dem Wegfall von Lasten, die der Staat tragen musste. Etwa die Versorgung der Waisenkinder, der Alten, Witwin und der überzähligen alten Jungfern, die in der Gemeinschaft von mutterrechtlichen Sitten zu glücklichen Menschen würden. Und sie versprach dem Staat durch freie Frauen mehr Geburten, mehr gesündere Kinder, also ganz im Sinne der damals populären Eugenik die Steigerung der Volkskraft. Für die Erschaffung der mutterrechtlichen Kolonien auf dem Lande gründete Ruth Bré 1904 in Leipzig zusammen mit einem Grundbesitzer und einem Arzt den Bund für Mutterschutz, der eigentlich zuerst Bund für Mutterrecht heißen sollte. Erstaunlicherweise fanden sich für diese Ziele viele namhafte Persönlichkeiten, die den Bund für Mutterschutz ideell und finanziell großzügig unterstützten. Es waren vor allem Ärzte, die helfen wollten, die damals schlechte Volksgesundheit zu verbessern. Dann Gelehrte aller Art, Gewerkschafter, Künstlerinnen und Künstler und natürlich Frauenrechtlerinnen. Zu den Erstunterzeichnerinnen der Statuten des Bundes für Mutterschutz gehörten Hedwig Dohm, Lili Braun, Henriette Fürth, August Forell, Max Weber, zu den Mitgliedern Käthe Kollwitz, Gabriele Reuter und Hermann Sudermann. Unter der Parole Mutterschutz gleich Kinderschutz gleich Volksschutz ließen sich viele politische Anliegen transportieren. Viele sprangen auf den Zug auf. Auch die Frauenrechtlerin Helene Stöcker, deren vorrangiges Ziel eigentlich die Befreiung der Geschlechterbeziehung von allen Zwängen war, also die sogenannte freie Ehe einführen wollte, in der sie selber lebte. Noch viele Jahrzehnte später nannte man das wilde Ehe. Beziehung ohne Trauschein, in der Kinder zum Problem werden konnten. Bré und Stöcker verstanden sich gut und wurden sich schnell einig, obwohl Bré einen praktischen und Stöcker einen theoretischen Ansatz verfolgte. Die hochgebildete Helene Stöcker war die erste promovierte Philosophin im Deutschen Reich. Studieren musste sie aber noch in der Schweiz, da das im Deutschen Reich noch nicht erlaubt wurde. Stöcker kam aus einem streng kalvinistischen Elternhaus und wollte nicht wie Bré revoltieren, sondern mit ihrer friedlichen Liebesphilosophie, ihrer sogenannten neuen Ethik, missionieren. In Berlin, wohin der schnell an Mitgliedern wachsende Bund für Mutterschutz verlegt worden war, gelang es, Stöcker Stimmenmehrheiten für sich zu gewinnen. Mit diesen Stimmen lenkte Stöcker den Bund für Mutterschutz in ihre theoretisch-sexualreformerisch orientierte Richtung, was Ruth Bré und ihre Mitgründer nicht verhindern konnten. Danach stand nicht mehr der praktische Mutterschutz im Vordergrund, nicht der Aufbau materiarchaler Mutterkolonien auf dem Lande, sondern es sollte ein dauerhafter, breit angelegter Diskurs über die Neuordnung der Gesellschaftsverhältnisse respektive der Geschlechterverhältnisse in Gang gesetzt werden, und zwar mit Hilfe einer Zeitung. Eine Zeitung mit Namen Mutterschutz, zu deren Herausgeberin und Chefredakteurin sich Stöcker machte, finanziert mit den Spendengeldern des Bundes. Ruth Bré wurde so von Helene Stöcker aus ihrer eigenen Organisation gedrängt und kehrte verbittert und tief enttäuscht nach Schlesien zurück. Wo es ihr aber schnell gelang, allerdings in deutlich kleinerem Umfang, eine neue Organisation aufzubauen, den ersten Bund für Mutterschutz beziehungsweise den Bund für Mutterschutz im Riesengebirge, der sich ganz dem praktischen Mutterschutz widmete. Jahrelang kämpfte Bré für ihre Utopie eines eigenen Mutterlandes und für Muttersiedlungen. Es blieb aber bei kleinen, doch teilweise erfolgreichen, autarken Mütterkommunen in Schlesien, die im Auftrag der Kaiserin vom preußischen Geheimdienst observiert wurden. Dann verschwand Ruth Bré eine Weile aus der Öffentlichkeit. Die Gründe dafür liegen im Dunklen. Möglicherweise gibt ein Dramenfragment Gerhard Hauptmanns darüber Aufschluss, das in dieser Zeit entstand. Denn das Dramenfragment Mutterschaft von Gerhard Hauptmann beschreibt die tragische Geschichte der schlesischen Mutterrechtlerin Hildegard Krautvetter, einer dichtenden alten Jungfer, die an der Feindlichkeit ihrer Umgebung zerbricht, die wegen ihrer mutterrechtlichen Ziele in ein Irrenhaus eingewiesen wird, die aber fliehen kann, im Ausland heimlich ein Kind gebiert, zurückkommt und letztlich über ihre Feinde triumphiert. Die Ziele dieser literarischen Figur sind wie abgeschrieben aus Brés Kampfschriften. Gerhard Hauptmann und Ruth Bré werden sich gekannt haben. Sie waren derselbe Jahrgang, lebten in derselben schlesischen Kleinstadt, schriftstellerten beide, wenn auch mit sehr unterschiedlichem Erfolg, über dasselbe Thema, uneheliche Mutterschaft, verehrten die schlesische Bergwelt, verkehrten in denselben Kreisen und standen im selben Theaterverlag unter Vertrag. 1909 jedenfalls tauchte Ruth Bré plötzlich wieder in der Öffentlichkeit als Unruhestifterin auf. Offenbar hatte sie sich mit ihrer Konkurrentin Helene Stöcker inzwischen arrangiert, denn in Stöckers Zeitung, die inzwischen von Mutterschutz in die neue Generation umbenannt worden war, beschuldigte Bré Berliner Ärzte der unterlassenen Hilfeleistung, weil diese einer in den Wehen liegenden Frau die Aufnahmen in ein Krankenhaus verweigert hatten. Stöcker und Bré wurden daraufhin von den bloßgestellten Ärzten wegen Beleidigung angezeigt und es wurden monatelange Prozesse um die Freiheit der Berichterstattung geführt, die mit einer Geldstrafe für Bré endeten. 1910 bemühte sich Bré noch einmal um das Schicksal einer schlesischen Dienstmarkt, die wegen Kindstötung zum Tode durch den Strang verurteilt worden war. Die Dienstmarkt Anna Werner war von ihrer Familie verstoßen, vom Vater ihres Kindes im Stich gelassen worden und mit ihrem Kind aus insgesamt vier Gemeinden ausgewiesen worden. Schließlich tötete die Verzweifelte, der nirgends Obdach gewährt wurde, ihr Kind Hedwig Werner. Das Todesurteil wurde aufgrund der großen öffentlichen Solidarität mit der Delinquentin, auch von Seiten vieler Prominenter, in zehn Jahre Zuchthaus umgewandelt, was zu den größten Erfolgen Brés zählte. In den letzten Jahren ihres Lebens betrieb Ruth Bré außerdem eine Künstleragentur. Sie starb 1911 verarmt in Herischdorf, Schlesien. In Berlin entwickelte sich der Bund für Mutterschutz derweil zu einer von allen Seiten insbesondere von konservativen Kräften angefeindeten und bekämpften Organisation, obwohl die radikalen Ziele Ruth Brés schon lange aus dem Programm genommen waren und inzwischen ein wesentlich moderaterer Ton angeschlagen worden war. Trotz oder wegen der Dämonisierung der Wortführerinnen des Bundes und wegen seiner nicht ignorierbaren prominenten Anhängerschaft gewann die Organisation schnell an Bedeutung und nahm Einfluss auf Politik und Gesellschaft. Erklärte Ziele des Bundes, in dem Helene Stöcker inzwischen alle Machtkämpfe gegen Konkurrenten und Konkurrentinnen gewonnen hatte, waren Verbesserung der sozialen, juristischen und finanziellen Lage vor allem der ledigen, aber auch der verheirateten Mütter, Gleichstellung der ehelichen und unehelichen Kinder, Erziehungsrecht beider Eltern, Anerkennung der freien Ehen, Sexualkundeunterricht an den Schulen, Mutterschaftsversicherung, die Herbeiführung eines Wandels moralischer Ansichten und traditioneller Sitten, die das Geschlechterverhältnis betrafen, die Aufhebung des Lehrerinnen-Zölibats und der Fräulein-Anrede. Als der Erste Weltkrieg ausbrach, drohte der Radikal-Pazifistin Stöcker stets die Verhaftung. Ihre Texte wurden beschlagnahmt, ihr wurde verboten, öffentlich zu sprechen. Auch über das Verbot selber. Nach der deutschen Niederlage im Ersten Weltkrieg aber begann der Erfolgszucht des jahrelangen Bekämpftbundes für Mutterschutz. Denn der hatte die gewachsenen Strukturen und das Wissen, das Mütter- und Kinderelend einzudämmen, das nun nicht mehr nur die ledigen Mütter, sondern auch die nun massenhaft verwitweten, verheirateten Mütter traf. Der Bund für Mutterschutz wurde nach dem Ersten Weltkrieg gleichsam salonfähig und arbeitete teilweise mit Staat und Behörden zusammen. In der Zeit der Weimarer Republik wurden erste Veränderungen in den allgemeinen Anschauungen erreicht, eine größere Akzeptanz verzeichnet, die ihren zaghaften Niederschlag in den Gesetzen fand. Uneheliche Kinder wurden in staatliche Unterstützungssysteme aufgenommen. In dieser Zeit erstarkte aber auch wieder die Eugenische Bewegung, die Anfang des Jahrhunderts den Bund für Mutterschutz mit zum Erfolg verholfen hatte, die aber die Gebärfähigkeit der Frau nun aufs Äußerste auszubeuten trachtete. Als 1933 die Nazis an die Macht kamen, mussten Helene Stöcker und ihre Gesinnungsgenossinnen ins Exil fliehen. Der Bund für Mutterschutz wurde sofort von Nationalsozialistinnen übernommen und diente fortan der Kontrolle der Schwangeren und führte unangepasste Frauen und Mütter der Zwangssterilisierung und den KZs zu. Der Bund für Mutterschutz existierte noch bis 1940. Er hatte sich zum Erfüllungsgehilfen eines faschistischen Regimes gewandelt, der Mutterrechte nicht stärkte, sondern auslöschte, was schließlich auch sein Ende einleitete. Die Eugenische Bewegung, auf deren Welle der Bund für Mutterschutz zunächst erfolgreich vorangekommen war, zerstörte ihn letztlich auch. Was wurde aus den Zielen der Mutterbewegung und des Bundes für Mutterschutz? Nach dem Ersten Weltkrieg entstanden vereinzelt autarke Frauenkommunen. In Westdeutschland fiel das Lehrerinnenzölibat, zuletzt 1958 in Bayern. 1969 wurde an deutschen Schulen der Sexualkundeunterricht eingeführt. Die wilde Ehe blieb bis Ende der 1960er Jahre unter bestimmten Umständen strafbar. Bis in die 1970er Jahre blieb sie ein Verstoß gegen die guten Sitten. Mit dem nicht ehelichen Gesetz von 1970 wurde der ledige Vater als Verwandten mit seinem Kind erklärt. Gleichzeitig fiel der Mehrverkehrseinredeparagraf, mit dem der Vater seine Vaterschaft einfach abstreiten konnte. Und die automatische Amtsvormundschaft über die volljährige ledige Mutter. Diese hatte damit das alleinige Sorgerecht inne. Seit 2012 muss die ledige Mutter es sich mit dem leiblichen Vater teilen, egal in welcher Beziehung sie zu ihm stand, was zu einer erheblichen Senkung der deutschen Geburtenraten führte. Erst 1998 wurden uneheliche Kinder den ehelichen erbschaftsrechtlich gleichgestellt. 2011 auch die vor 1949 Geborenen. Die Fräuleinanrede wurde 1972 im behördlichen Gebrauch untersagt. Der Schwangerschaftsabbruch auf Verlangen der Schwangeren ist mit der Fristenregelung seit 1993 straffrei. Der sogenannte Kranzgeldparagraf, der einer deflorierten Verlobtenfrau Entschädigung gewährte bei grundlosem Rücktritt des Verlobten vor der Hochzeit, wurde 1998 aus dem BGB gestrichen. Mütterheime gibt es heute hauptsächlich für minderjährige Mütter. Im Laufe des 20. Jahrhunderts wurden die väterlichen Alimentationspflichten und die staatliche Unterstützung lediger Mütter und ihrer Kinder immer weiter ausgebaut, was der Idee der Mutterschaftsversicherung nahezukommen scheint. Vaterschaftstests sind unter Zwang durchführbar. Kindesunterhaltsforderungen werden nach dem Einkommen des Vaters berechnet und erstrecken sich bis zum 27. Lebensjahr auch auf nicht-eheliche Kinder. Ist das Kind behindert, wird auch der ledige Vater zu lebenslänglichen Zahlungen verpflichtet. Uneheliche Mutterschaft ist nach wie vor eine staatlicherseits unerwünschte und sanktionierte Lebensform. Sie bringt das höchste Armutsrisiko und degradiert Frauen zu Bittstellerinnen, die sich nicht selten behördlichen Schikanen ausgesetzt sehen. Unabdingbare Voraussetzung für jegliche staatliche Transferleistung für die ledige Mutter und ihr Kind inklusive des Zugangs zu ärztlicher Grundversorgung ist ihre Bereitschaft, Einschränkungen bei den bürgerlichen Grundrechten oder auch den Verzicht darauf, zum Beispiel die Unverletzlichkeit der Wohnung hinzunehmen sowie ihrer Mitwirkungspflicht nachzukommen, das heißt zuvorderst den Namen des Kindsvaters zu nennen. Das Risiko des Verrats tragen Mutter und Kind. Die Nichtnennung ist kriminalisiert. Der Mitwirkungsunwille der Mutter führt in letzter Konsequenz zum staatlichen gewaltsamen Kindesentzug. Wir sehen, der Umgang des Staates mit dem Streben nach freier Mutterschaft hat sich auch mehr als 100 Jahre nach der Gründung des Bundes für Mutterschutz prinzipiell nicht geändert. Dieses Ziel der in Vergessenheit geratenen oder übergangenen frühen Mutterbewegung wurde nicht erreicht und hat insbesondere vor dem Hintergrund des demografischen Wandels nicht an Aktualität verloren. Genauere Ausführungen über die Geschichte der Mutterbewegung zur Zeit unserer Urgroßmutter sind nachzulesen in der Dissertation »Materiale Utopien, freie Liebe und Eugenik, die Mutterbewegung im Deutschen Kaiserreich und der Bund für Mutterschutz bis 1940. Erschienen als Buch aber auch frei verfügbar im Internet. Einfach Titel eingeben. Die Dimensionenz ist eine dyed에 Ves 2-1-4-2-7-4-3-4-3-4-5-ların. Die G Childers Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.